Mhm. Okay. Was denn Daten? Was ist denn das für ein hässlicher Klops? Da brauche ich keine Angst davor haben. Zweieinhalb Tonne habe ich auch nicht. Habe ich immer so kacke das Neustisch? Und gerade mache ich's Maul zu. Oh Gott. Danke für die Deutsche Bahn. Nein. Links nichts, rechts... Ah, Loot. Was kriege ich? Lufkanister klein. Kann ich das decken? Was deckt das mir das, oder? Nein, ich hab zwei kleine Lufkanisterklasse. Schmeiß sie nachher weg. Melity Pack brauche ich auch nicht. Das kann ich ja in R gebrochen. Tempo. Jetzt ist auch noch die Zentrifuge offline. Uns hängen 4 Millionen Tonnen Gestein am Arsch. Und ohne die Zentrifuge, die das Schiff im Gleichgewicht hält, wird der Gravitationsschlag uns runter zur Kolonie ziehen. Ich will jetzt mal nachsehen, ob ich was reparieren kann. Dekontaminationssequenz aktiviert. Bitte warten. Hm. Oh. Verdammter Axt. Was wär da dekontaminiert? Ich wär dekontaminiert? Oder die kontaminieren die? Hm. Gefällt mir nicht. Ich pack erstmal mal den Flammbärfer aus. Warum drücke ich der auch drauf? Ich weiß es auch nicht. Ne. Verriss das. Oh Scheiß Teil. Wie ist das schön, dass Blutspritzt? Wie ist das für das Spiel so uralt ist? Wenn sie es richtig geil gemacht. Wichtig Ewe, ich geb ihm. Ich will einfach nicht sterben. Ich glaube ich probiere jetzt eine andere Waffe. Ähm. 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 Oh oh. Ja und jetzt? Das war's. Kontaminationssequenz beendet. Vielen Dank für ihre Geduld. Hm. Super ist. Ich hab nur das Ding gemacht, damit ich die Komme. Kontaminationssequenz beendet. Was ich da mal wieder miniert werde. Hast du das hier auf diese Seite kommen bestimmt. Ah. Hat doch nicht ganz so dumm was ich da gemacht habe. Aber ich hol erst eine Werkbank. Aber ich kann ja nichts machen gerade. Aber da ist noch was zum Looten. Äh. Wie viel Energie. Was hab ich hier? Audiolog. Nein Muni. Muni Mun. Muni Mun. Muni Mun. Gut. Das Ding. Also wenn ich hier auf dem Schiff fertig bin, ist er wirklich alles weg. Das ist dann wirklich alles weg. Das Schiff. Die Leute. Alles. Alles weg. So. Jetzt habe ich vergessen, was ich eigentlich noch machen wollte. Bin ich hier richtig? Nein. Bin ich natürlich nicht richtig. Oh. Aber da ist noch was zum finden. Du hättest. Und ein Energieknoten. Kann ich hier basteln. Du hättest. Ja. Du hättest. Du hättest. Du hättest. Öffnest du es mal? Ein Sauerstoff. Oh ne. Doch nicht. Ah. Speicher mal wieder. Wenn es wieder anbieten. Warum nicht? Kurskorrektur. Ich weiß nicht. Wie viele gibt es denn eigentlich hier. Äh. Speicher. Also. Kapitel. Was ist das? Luftkanister mittel. Dann schmeiße ich doch so ein kleiner weg. So. Und den Bemittler mit. So. Eintritt Schwerelosigkeit. Mh. Mh. Okay. Mit den Daten. Was ist denn das so ein hässlicher Klops? Nein. Da geh ich jetzt mal nicht hin. Irgendwas lebt hier. Wo? Oh. 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 Wo ist das Ding? Oh. Wir sehen da gar nichts. Oh. 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 alter schluck das ding also ist tot inventar ist wohl aber wie mache ich noch mal diesen komischen gesprung also da ist noch eins was kann ich hier machen sauerstoff station brauchen doch gar nicht ich muss gucken dass ich dieses wieg der wegkriegt das wo hier noch rum kräft ist jetzt weg ich hasse schwerelos ich kann weil ich nicht mit klarkommen wenn ich einfach diesen rumstuhl warstuhl nein der will natürlich nicht fahren war lauf ich bin warum funktioniert das jetzt eben nicht so ich bin ja echt ein bisschen bobbyhaft so jetzt habe ich jetzt generatormodul wieder so dass hier ähm hier oh man ich bin halk vorsichtig rein vorsichtig 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 nein also nicht so warum geht das jetzt schon wieder nicht irgendwas stimmt hier nicht ziel und feuer nach dem Ding braucht jetzt eine Weile warum kann ich nicht einschieben Weiß ich nicht. Das geht nicht. Was mache ich da verkehrt schon wieder? Nein, da kann ich nichts machen. Offline, bitte Kupplungen aktivieren. Aktiviere ich die Kupplung.